So, Rückrunde, jetzt müssen wir zeigen, was wir können. Ich weiss nicht, oh, ist mir gerade was runtergefallen, ob wir das hier können. Ah, ich nehme das gleiche Loadout. Hä? Wieso? In der Welt steht der M. Es geht doch in diese Richtung, oder? Wieso steht der Verkehr drum? Wieso steigt da keiner rein, ist doch die andere Frage. Der wohl nicht ganz so beliebt, oh ja. Eigentlich mal Bruch fahren. So, wie machen wir das? Die Death Zone wird wahrscheinlich hinten irgendwo sein. Ja. Das heisst, wahrscheinlich ist es nicht möglich, hinten rein zu fahren. Das heisst, der M-Track kannst du einfach gar nicht mal umrauchen. Da unten, da unten. Da fährt einer weg, ja gut. Ah, das kannst du vergessen hier. Der Trick ist einfach. Wir müssen das behalten. Denn danach können wir das gut brauchen. Ah, hier unten. Ich habe den feindlichen Soldaten gesehen. Er sieht auch nichts hier. Gut. Jetzt hat er ihn gesehen, ist falsch. Ja. So, vielleicht versuchen wir da die B-Taktik, wie letztes Mal. Ja, da bist du wirklich, da wussten alle, der M-Track bringt überhaupt gar nichts. Aber, ich denke eben, zum Spawnen ist ja nichts schlecht, denn man ist auf der Insel. Und, äh, wenn wir den jetzt behalten, so wie er ist, dann können wir den noch gebrauchen. Wenn wir es überhaupt weiter schaffen. Schafft er das? Na hoch? Ja, schafft er. Ist aber gleich an der Death Zone. Ach, Mann. So, komm hoch, komm. Das ist ein Kack hier. Gleich fallen wir irgendwo unter und können es vergessen. Wir haben aber noch 110 Tickets, muss man sehen. Ja, das ist so. So. Das hieß einfach mal genau gar nichts. Ah, toll. Ich glaube, Treppe hoch lohnt sich auch nicht. Der Tait hat gerade den Sprenglass an Einsatzstil Alpha ist schärf. Okay, da macht er gleich wieder einen Kill. Jetzt haben wir noch den Helikopter, oder? Ja. Oh. Die anderen hatten den Helikopter irgendwann dann auch nicht mehr, glaube ich. Hier kann es eben auch nichts sehen. Einfach ein Scheiss. Ich glaube nicht, dass ich hier hochkomme. So, komm, ihr schafft doch das. Ja, jetzt steigt er noch raus. Jetzt schaue ich mir das selbst an. Ja, da. Wie willst du hier Punkte machen? 350 Punkte habe ich. Also da oben ist natürlich einer, aber der... So, erwischt es B. Ah, ja. Nicht B. Ja. So, und jetzt... Äh, bin ich sogar in der Schützenposition. Es spawnt sicher einer hier. Urban, der geht aber raus. Es spawnt sicher einer hier, sobald wir vorrücken können. der hier den Amtrak fährt. Nein, das kann es jetzt aber nicht wahr sein. Es wird Zeit vorrücken. Los! Die gehen alle raus. Ja, gut. Komm, dann fahre ich ihn halt. Der fährt auch weg. Jetzt kommt nämlich dann sicher gleich einer, der bleibt. Ist ja klar, weil... an der Schützenposition, da bleibst du ja immer. So, denn jetzt... Ich weiss, das ist gefährlich, denn die können von oben einfach nur so drauf schiessen. Gut. Ich habe Sichtkontakt zu einem feindlichen MG-Schiff. Leid mit deiner Stellung. Spreng klar, so ein Einsatz wie Alfa ist scharf. Boah. Den habe ich. Ah, die sehe ich gar nicht. Da oben, ja. Ja, da. Ah, im Wasser, ja. Also der Amtrak fährt schon so, wie wenn er... Ach Gott, er gibt den Geist auf. Okay, das waren jetzt... Sechs Minuten hat es gedauert. Bis ihn einer zerschellt hat. Ja, man... Vielleicht wäre besser gewesen, ein bisschen hinten zu bleiben. Aber... Wenn wir jetzt das jetzt schaffen hier, dann hat er eigentlich einen Dienst erwiesen. So, von oben kommt keiner. Oh, gerade beide mit der Lata. Schön. Und den Heli haben wir auch noch. Also ist ein guter Pilot da. Und hier ist halt eben auch das Teamspiel. Finde ich hier besser. So, da muss wieder einer. Hier ist deine erste Hilfe, Mann. So, jetzt können wir hier noch ein bisschen Kills abstaben, oder? Ja, nicht gerade ich. War jetzt nicht so erfolgreich, hier. So, dann geht's weiter hier. So, da unten wartet niemand, oder? War nur gerade noch einer auf der Map, aber der ist, glaube ich, so schnell weg gewesen. Oh. Gut, der hat's auch erwischt. So. Keine Muni mehr, ist das Problem. Ich brauche ein paar Kugeln! Danke! Okay. Und B hat schon einen scharf gemacht. Der ist, glaube ich, aus dem Heli rausgesprungen. Ist ja klar, dass er entschärft wird. Bei dem Heli kann es ja nicht verteidigen, so. Oh, da... Wartet der da drin, der Sack? Bei mir steht 5-1, nicht schlecht. Aber eigentlich auch nicht gut für das. Da hätte man schon viel mehr machen können. Boah, glücklich gehabt. Hier ist ein Medikator, mein Vater. Hier ist ein Medikator. Der Sprengler hat sich sein Einsatz den Alpha angebracht. Okay, C4. Ah, das war scheisse. Das... Die Reanimation hat es jetzt nicht gebracht. War sowieso da schon da. So, wir haben aber trotzdem Fuss gefasst, hier. Ah, brennt. Ah ja, Alpha ist schon weg. Geht natürlich wieder nicht. Hier drüben ist deine erste Hilfe. Ah, der ist schon weg. Lebt er immer noch, oder wie? So, ich könnte noch ein bisschen besser sein. Das war aber... Ich bin so schlecht wegen der Amtrak-Nummer am Anfang. Ich hätte auch einfach aussteigen können. Also finde ich echt... Ich habe deine erste Hilfe für dich. Da wurde wieder mal nicht so viel überlegt bei dem. Das hätte er mal besser so gemacht, dass sie einfach auf der nächsten Runde einen Amtrak gehabt hätten. Ja, weil irgendwo an der Seite gespawnt wäre. Denn so bringt das gar nichts. Dann wird er meistens schon zerschellt. Wie bei den Gegnern, war alles so. Bei uns jetzt nicht. Weil wir aufgepasst hatten. Wird er zerschellt und dann kann es ihn vergessen. Wir kriegen ja gar keinen mehr. Und dann hat er am Schluss genau gar nichts gebracht. Also es ist wieder mal ein Element im Game, das jetzt... Ja, ich habe jetzt also das erste Mal gesehen, dass es so ist. Und dann muss ich sagen, dass es wieder mal nicht nötig ist. So. Und wo kommen sie nochmals? Ja, von da, wo ich nicht bin. Gut. So. Komm, ich steige nochmal ein. Vielleicht fährt ich mich da. Ha. Ein Schuss mehr und da wäre Windows 10 abgeschossen gewesen. Nein, hoffen wir es nicht bei euch. Bei mir. Ich habe ja kein Windows 10 momentan hier. Immer noch. Windows 8. Oder 8.1 besser gesagt. Und da bleibe ich auch noch. Es ist schon... Es ist speziell, dass es gratis ist. Man muss es fast hart da hinter haben. Man hat ja gehört, dass es nicht gerade... Aha, der ist gestorben. Gut. So konsumentenfreundlich sei. Deshalb lasse ich es auch momentan noch. So. Wir haben Glück, oder? So. Jetzt kommen die hier. Äh. Man kommt gleich hier drüber. Hier ist dein Mediket, Mann. Ah, hier ist Alpha. Haben wir gar nicht gesehen, letztes Mal. So. Gut gemacht. Einsatztin Alpha wurde neutralisiert. Also wenn du so vorgehst, wie jetzt das Team, dann ist es wirklich nicht so schwer. Ah, das war wieder schlecht. Vor allem von so einem Code-Break, der erst gerade am Anfang der BR4-Karriere ist. Seine BR4-Karriere. So. Hier sieht es. Ich habe deine erste Hilfe für dich. Von dem Map her hat noch nicht so aufgeräumt aus. Das ist schon zugestellt, aber auch relativ offen da. Genau, das ist jetzt unser Bad. Ah, jetzt haben wir wieder einen Amp-Track hier. Ja, gut. Das ist ja wieder eine Übernacht. Hier kann er ja ranfahren und das wollten sie wahrscheinlich beim ersten verhindern, dass man das nicht hat. Aber irgendwie ging das eben auch schief. Weil klar, da kann man nicht ranfahren, da kommt man nicht mal in die Nähe. Okay, vielleicht noch in die Nähe von B kommst du. Aber das ist ja alles. Also los, kommt in die Kuchen! So, hier wurde ich letztes Mal stark beschossen. Ja, auch dieses Mal. Boah! Von da drüben, ein Taco Ninja Ninja. Nein, hat nicht mehr gereicht. Ein bisschen zu viel gewollt. Er hat auch nur noch fünf. Hätte ich ein bisschen weiter geschossen, wäre weg gewesen. Aber es waren so viele da. So, hier kommt weg. So, hier kommt er zurück, boah, da kehre ich gerade wieder um, wenn ich das da sehe. Aber der andere ist nicht mehr, oder? Aha, ich dachte es sei ein Trick, aber sie sind schon wieder immer in den Bergen oben, irgendwo abliegen und ein bisschen schießen. So, 9 von 10 haben wir, nach 115 Tickets, sollte drin sein, haben wir auch schon gedacht. Dann haben wir uns immer weiter von der Bombe entfernt. Aber ich habe eigentlich ein gutes Gefühl hier. Die Frage, kommen sie da hoch? Oder wo kommen sie sonst her? Ah, du bist doch so ein Pisser! Logitech Gaming noch, ey. Von dem her nicht, muss ich sagen. Genauso eine Mausmatte habe ich mit Logitech. Also nicht nur Mausmatte, Maus, Tassertuch, Headset, Webcam. Ja, nicht in Webcam, aber keine Logitech. Gut, zu dumm. Fünfzehnte, das ist schon nicht ganz das, was ich erwartet habe. Ah, hier ist die Bombe. Wir haben den Sprengsatz an Einsatzstil Alpha angebracht. Da ist deine erste Hilfe, hol sie dir. So, sie kommen von da drüben wahrscheinlich. Da kommen sie nochmals. Also zwei Leute, da noch mehr. Und da war's das. Okay, nachher kommt Zawad Grey Ward Shift. Ja, es ist jetzt bald 4 Uhr morgens. Ich glaube, da höre ich auf. Muss ich mir das nicht mehr gönnen, diese Map. Okay. Punkte, da gab es noch einige 25% Boost. Ist auch noch ein bisschen etwas. Ja, und ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann wieder in der nächsten Aufnahme. Hoffentlich ein bisschen besser als jetzt oder gleich gut. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.